jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit zettos hallo lange weile gehabt hast du umgedreht hast du umgedreht ja okay okay das kann meine zuschauer schon weil fläche noch eine stunde länger aufgenommen ja genau ständchen länger gemacht mit dem pfeifen kopf ist weil er lange weile hatte ist das mühlenrad schon ein bisschen bäumchen noch ja ja die die halten ab und zu machen sieht man schon ein bisschen ja die sind ein bisschen meine wacke sind keine ahnung aber ist egal ob die jetzt ungleichmäßig laufen du arsch schräge verkackt haa nö geh weg nein da kann sie hochgehen so dann zieht man noch den wald gut der wald geht da hinten ein bisschen weiter da muss ich eigentlich nicht noch behindert ey aber ich habe keine bäume mehr noch ein paar habe ich glaube ich nicht nehm nehm ich habe noch müllbäume oder machst du ein ordentliches klettergerüst hin ah ein paar bäume habe ich noch aber mir fehlen noch ein paar gelbe und sowas betreibt doch und man kommt ja auch schnell ins haus davor habe ich ein loch reingeschlagen ja ich musste immer schlafen gehen ja wir müssen ja generell wegen dem guck ja dann habe ich das gemacht so jetzt würde ich noch ein paar ich habe den noch nicht zu weit gezogen ich wollte ja noch bis zum halben berg ziehen aber der ist ganz schön geworden oben ist an dieser fluss noch wenn dieser kleine bach ja ja du machst der reforming schon ich habe ja nur diesen berg dieser bei uns hier war weil es mit dem haus sonst passt hätte mhm die bäume hattest du in der aufnahme auch schon gesetzt gehabt ne die habe ich nachher gemacht das habe ich aber gesagt weil ich dafür heute morgen ja heute morgen genau wo ich dir geschrieben habe wo er zocken wollte und ich noch geplant habe genau da habe ich die nicht aufgenommen aber ich habe das gesagt also weil ich musste noch 20 minuten in die scheißrichtung laufen weil ich sie nicht gefunden habe das hast du nicht später gesagt hast du hast das nicht dazu geschrieben ne bin ich da in die scheißrichtung gelaufen bin mit der scheißsense durchlaufen wir fehlen aber immer noch Bäume das ist terraforming das brauchst du nicht unbedingt aufnehmen das habe ich auch nicht habe ich auch extra gesagt dass ich das nicht mache ist halt generell jetzt so ich meine kann das machen dass man extra machen ja den ersten teil habe ich gemacht dass man halt nochmal eine aufnahme startet und dann das schnell verlauf machen ja da weiß ich bin auch Hauptsache du hast wieder eingestellt das Tag und Nacht zyklus ja das habe ich gemacht ich habe auch mit Tag und Nacht zyklus bei den Bäumen mit gespielt oder mit Essen oder so ich dachte das hast du ohne gemacht ne warum sollte ich denn weil ich dich kenn nö ach mein gott mich hat das nicht gestört Tafel ja ich fahr mal ein bisschen hier das Zelt ab ja ich habe ein paar Kartoffeln noch gefunden weil ich noch ein zweites village der Dorf gefunden hatte ich dann bei den Bäumen war guckte ich so auf dem Atlas oh da ist ja ein Dorf das hatte ich vorher nicht gesehen jetzt wollte ich noch ein bisschen involved da ist die anderen Felder auch gleich nochmal erweitern mir fehlt eine Sense wieder eine Sense mhm oh das ist diese auch gut Tomaten gepflanzt hier aber die haben wir ja schon ja Tomaten haben wir ich hatte noch süß Kartoffeln gefunden ja dann kannst du die da ja hier hinten beim freien Fete hinpflanzen kann ich auch später machen ne ich weiß nicht ob wir süß Kartoffeln haben hm ich weiß nicht ob wir süß Kartoffeln haben du meintest welche gefunden ja ich habe welche gefunden aber ich weiß nicht ob ich welche auf dem Welt haben hm das habe ich nicht geguckt und das war ein Chili und ich habe hier nicht und achso was ich wirklich was wir glaube ich nicht haben sind ähm habe ich den hin gepackt ne ja Erdnüsse Erdnüsse ja ne das haben wir nicht Peanuts wo habe ich die da hin gepackt das finde ich ja das ist Müllbeutel reingepfiffert Beancrop ja Sweet Potatoes äh Reis Zizamba aber Peanut haben wir nicht hm habe ich schon einen Samen hier wie gesagt ich habe hier jetzt über den Voice Beta laufen die mit Audiocable verbunden ne mhm und dann kann ich jetzt echt separat die Spur an Emerilien jetzt hehehe ginger Boden haben wir doch wir hatten irgendwo Shambon wir hatten irgendwo Shambon Spileys irgendwo hab ich zu Shambon gesehen vorhin Shambon hier ne das sind zwar möglich ne wir haben vorher die Bogen gesehen oder war das bei dem Dorf bei dem Dorf wahrscheinlich Broccoli da hast du mir vor Erdnüssen geredet ja die habe ich in der Hand das ist ein falsches Feld Muscat da hinten da hinten da haben keine Erdnisse da ist ein falsches Feld das ist doch nicht frei nein das da hier hier ist es hier mal kurz schlafen es sollte jetzt eigentlich funktionieren da ist einfach nur eine Staffel gebraucht ja und das irgendwie Motto hinzugefügt werden muss naja ok probier mal wir haben auch volles Wander ja ich hab jetzt ich hab jetzt grad Süßkartoffeln angepflanzt ich brauch noch ein Feld ja ok nice entweder wurde der jetzt unten wurde der umbenannt oder das ist ein neuer ok ich weiß das nicht was ist das jetzt hingetan da habe ich jetzt Süßkartoffeln hingepackt so haben wir hier Wintersquosh ja ein bisschen potatoes potatoes ja ja ne das ist schon so richtig mit dem wir durchstreichen Blackberries haben wir Blackberries haben wir doch schon haben wir Blackberries? ja Black oder Blue haben wir warte mal ich glaub Blue sind das das sind Blue oh ja Blackberries haben wir auch noch nicht sitzen deswegen wir schauen sonst ist jetzt alles was wir noch nicht haben Bellpepper deswegen ja dann tu die erstmal draußen in die Kiste rein ja oder ich pack sie hier mit dem Feld was jetzt noch nicht fertig ist hier wo jetzt ein oder zwei drauf sind wo ein oder zwei ich glaub sie sind gleich fertig wenn ich die auseinandernehme ja weil ich eben geerntet hab ja das sind die Zwick-Potatoes die hab ich doch grad drauf getan ja ja aber bei dir weiß man nie ja ne die hab ich doch drauf drauf getan ah mein Ohr juckt vom händchen was ist hier von händchen vom händchen vom händchen vom händchen das ist auch hier und backen können jetzt hier ne langstrang hä? oder willst du was hier willst du hier? weil du hast ja Potatoes und da hast jetzt einen Strang hier frei ne ja aber da soll auch hier so kürbisse und wassermelonen verteilt werden ob ich das hier gemacht habe also viel kürbisse und wasserlieben oder nicht wollen wir denn so viel nö aber einfach so kennt mich doch ich muss dich kennen weil es schön aussieht das geld in den wald das ist die sonkel der klau wieder alles auch creeper weg wusstest du wenn du was ins kraftfeld das gleiche drin hast umschalttaste drückt und rauf drückt dass er mehr rein zieht dann ich weiß nur dass wir damit umschalttaste und stg mehrmals kriegst dass irgendwann alle items rausfliegen hier im kraftfeld wenn du jetzt eine sache in hand hast und dann schiff dann drückt und dann in das kraftfeld reindrücks zieht alles rein aber komisch tipp 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 mag ich aber werde ich 1234 kasse holz ab also wenn du da hinten in die richtung ist wo ich die wo ich die bäume habe da stehen überall stämme noch diese sicher gemacht da kannst du ja die blätter mit abhacken weil du zuvor warst die zu ernten ne warum mit der sichel erntest du die blätter ab und kriegst auch gleichzeitig sitzlinge ja weil du zuvor warst die bäume ab rutsch dich rutsch rutsch mein gott da hinten baut eh keiner will ich hoffen ja und weißt du ja nicht naja bisschen weiter weg vielleicht vergrößert sich das ja hier noch alles komplett naja erstmal muss kann der berg ja weg hier da ist das wo die riesen bäume sind nochmal die hälfte sollte reichen wir haben überlegt vielleicht viele schienen zu craften dass wir vielleicht so ein paar villager hinkriegen vielleicht noch mal einen villager drauf erzeugen hier in der nähe ja hier klein aber warum nicht in der nähe keine ahnung vielleicht da rum so was hatten wir hier schon ein bisschen abseits von uns sein ne ja aber ich hab kein bock immer die tue zu hören nein nein kann man hier so hinten hinter dem ball packen oder komm what mafuyu 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 aha aha was sagst du eigentlich zu dem spiel youtubers live gut dass ich mir nicht gekauft habe ich auch nicht ja klar das ist bestimmt heimlich in der familie ding ne wenn du das mal heimlich gezockst ich hab ja das bei mir mal frühjahr angeguckt und vor allem familien ding man muss mir das erstmal freischalten ne weißt du schon lol also man muss das erst frei machen dass man das hoffen kann also freigeben warum brauchst du das so installieren und dann kannst du das rechtsklick zum familie an sich hinzufügen ja aber wenn das in der liste nicht mit auf das muss das von denjenigen freigegeben werden und die familien an die bibliothek mit rein ja muss es am installiert haben so online du musst das erstmal in der liste sehen können ja weiß ich also ich manche andere spiele spiele damit mich keiner sieht was ich zocke ja das mach ich auch wenn ich manchmal ruhe habe aber das mach ich ja auch besonders wenn ich da nochmal aufnehmen bin ja wenn man das nicht sieht hm wenn man das nicht sieht hm so warum das das heute ist mir wieder ein bisschen reicht hm 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 zack ach scheiß alles abwenden das war eine bessere Aufgabe was beste Aufgabe bessere Aufgabe ich muss gar nicht mehr ach hatten wir irgendwas warte mal hat ich Spoo's gefunden wenn wir in der Kiste reingucken oder Müllbeutel ich brauche Spoo's oder Müllbeutel ich brauche Spoo's wurde gechiselt 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 Cobblestone die hatten wir noch nicht wenn du irgendwelche Samen noch suchst warte was habe ich denn noch ich habe noch was an der Müllbeutel Moment was habe ich denn noch hier ne 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 weiß Seals also Reissamen why ich glaube die haben wir noch nicht mal und ich habe Mushrooms bohren aber ich weiß nicht ob man die auch so anpflanzen kann weil die waren bei den Villagers auch in der Erde drin ne wahrscheinlich ja die habe ich auch noch bei mir weil ich mir alles mitgenommen habe was ich gefunden habe hm naja maue ich mal schluss ja lohnt sich ja bei den Rucksäcken ja mittlerweile hm lohnt sich ja mittlerweile bei den Rucksäcken ja besonders weil ich das ganze Leder besorgt habe ja die großen zu machen ja ich habe sogar Kühe jetzt gefunden die sind hinten an dem großen Berg hinter einem Wald sind ein paar Einzelkühe nochmal gewesen sehr geil wir haben ja jetzt welche jetzt haben wir ja welche große Gehege dafür ich brauche nur noch große Gehege dafür ja kommt noch kommt noch kommt noch ja kommt noch so einmal zweimal zweimal oh zwei Eier im Inventar wir müssen ein Ei naja kommt später Cento ist mir lustig klar ja ja noch schrägen habe und unterbrecht glas 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 na haben wir wieder expand auf das scheiß Ding gedrückt oder was nö nö was denn oh jetzt ist das Ding natürlich noch an ne ähm ne ähm du 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 Vielen Dank.